Hallo liebe Genossen, Comrades und Tovaric und willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic hier auf dem Kanal vom Astralsilber. Ja, schön, dass ihr heute mit dabei seid bei dieser Folge, die wirklich geladen ist mit Content Genossen. Also das ist mir hier nämlich heute ein bisschen aus der Hand gelaufen, weil ich hier war ein bisschen am Basteln ehrlich gesagt, hatte eine Reihe von Baustellen hier aufgesetzt, dann kam ein Telefon dazwischen, ich dachte ja, ach du hast ja auf Pause gestellt, ist ja alles in Ordnung, aber nein Genossen, ich hatte nicht auf Pause gestellt und ja, hier sind wir in den mysteriösen Tunnelwelten von Workers and Resources unterwegs. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis hier, ja, ehrlich, aber da kommen wir wieder an die Oberwelt, verlassen den Hades des Sozialismus und blicken direkt auf unsere neu errichtete Tankstelle hier, auch mit einem gewissen Stolzgenossen, denn die wird ja bereits vollständig hier von unseren, naja, von unseren Minolastern mit Kraftstoff versorgt. Ja, was ist denn das hier? Gras auf der Straße, Genossen? Ja, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Also da müssen wir irgendwelche Vorkehrungen treffen, da müssen eigentlich unsere Straßendienst ein bisschen mehr Engagement beweisen, Genossen. Ja, zur Einleitung, genau. Ihr seht es schon am Horizont, die Bauarbeiten an den... Ja, das ist ein schöner Anblick, oder Genossen? Wir schauen hier rüber nach Eisenhüttenstadt und ihr seht es schon, die Bauarbeiten am Kohlekraftwerk haben sehr gute Fortschritte gemacht und auch am Denkmal wird, glaube ich, inzwischen weitergearbeitet. Na, ich hoffe es mal. Ich hatte es nämlich vorhin außer, also vorhin zum Weißen her, außer Betrieb genommen, die Bauarbeiten, damit sie erst mal die notwendigen, ja, Gebäude errichten, bevor wir hier zu den, ja, doch eher dem ästhetischen, dem Kunstanbau zuzuordnen, Bauwerken kommen, ne? Genau, die nächste kleine Tunneldurchfahrt hier, aber keine Angst, wir fallen hier nicht aus dem Sitz, auch wenn die Straße ein bisschen kurvig ist, das ist alles hier dem Unterhaltungsfaktor zuzurechnen. Und wo sind wir hier? Hier sind wir bei der Feuerwehr, ganz genau, Genossen. Und ihr habt es auch gerade gesehen, wir haben ein Teil, naja, ein Teil des rollenden Materials aus Neuvaloka ausgetauscht. Die Genossen dort hatten ja bislang nur die IFA G5 und diese haben wir jetzt verteilt. Und das heißt, war auch ein guter Vorschlag, dass wir das alte Fahrzeugmaterial hier recyceln, das republikweit verteilen, für die Ausbildung auch der Jugendfeuerwehr nutzen und den erfahrenen Berufsfeuerwehrleuten die neuen Löschfahrzeuge mit an die Hand geben, Genossen. Gerade in Neuvaloka, gerade nach den, ja, traumatischen Erfahrungen der letzten Episode, Genossen, in dem wir ja hier vor der größten Flammenwand überhaupt, ein flammendes Inferno war das ja. Also sowas hatte ich auch noch nicht gesehen, ne? Ne, ne, ne. Deswegen, Genossen, äh, das wird eine spannende Episode. Es ging sogar so weit, dass ich mir hier eine To-Do-Liste schreiben musste, was ich euch heute alles zeigen möchte. Denn, äh, auf diese Liste habe ich mit aufgeschrieben, dass wir auf jeden Fall uns das Klontool mal anschauen, weil, äh, da Interesse dran bestand. Dann, äh, dann, äh, werde ich euch den Umbau von Kolditz zeigen. Da läuft derzeit der Wettbewerb. Unser Dorf soll schöner werden. Und, äh, dieser Wettbewerb hat auch schon bereits erste Ergebnisse erzielt. Äh, wirklich gefällt mir bislang ganz gut. Ist aber noch ein, äh, ongoing project sozusagen. Das ist alles noch im Fluss und in der Entwicklung. Ja, von daher. Des Weiteren haben wir, habe ich besser gesagt, mich um die Problematik der Arbeiterversorgung der Werft gekümmert, Genossen. Da habe ich versuchsweise eine Trollybus-Linie, äh, aufgebaut. Ja, das ist zu viel gesagt. Also, was wir bislang gebaut haben, ist eine Trollybus-Straße mit, äh, insgesamt drei Haltestellen und diesem, äh, Trollybus-Trafo. Denn, äh, aufgrund des, ähm, ja, persönlichen Mangels an Erfahrungen mit Trollybussen bin ich da auch sehr, sehr gespannt drauf. Also, das, äh, da freue ich mich richtig drauf. Wie das, mal sehen, ob das klappt. Ja, genau. Äh, des Weiteren haben wir bei den Kleingärten, also bei unserer Kleingartensiedlung, ihr seht es, hier links die neue Tankstelle errichtet. Auch eine IFA G5, äh, pardon, IFA G5, eine Minol natürlich. Na, und, ähm, das ist auch ein guter Fortschritt. Denn die nächste Tankstelle wäre ja jetzt vorne hier erst bei der Kohleverarbeitungsanlage. Und, äh, da sind doch teilweise recht lange Schlangen. Von daher denke ich, ist das eine gute Verstärkung da unserer Tankstelleninfrastruktur. Des Weiteren haben wir in Eisenhüttenstadt auf der anderen Seite. Da ist ja eine ganze Menge passiert. Und, äh, dort auch die erste Betonproduktion mit aufgebaut genossen, ja. Auch das ist wiederum zu viel gesagt. Wir haben ein Zementsilo errichtet und das Betonwerk ist im Bau. Von daher sind da die ersten Fortschritte, die ich hier aber mit notiert habe, als verkündenswerte Nachrichten. Auf jeden Fall sind das, äh, Dinge, die man, äh, ja, die man schon mal hier darstellen kann. Da können auch jedes Mal, wenn wir hier in den Tunnel reinfahren, denke ich so, ha, wir fliegen gleich. Das ist ja fantastisch, wirklich. Also, die Challenge, Deadman Challenge, würde ich sagen, lassen wir laufen bis zur nächsten Episode. Das wäre die 20. Episode. Und da können wir dann das Ergebnis der Überlegung der Führung zusammen mit der Befragung des, äh, ja, Proletariats verkünden, ne, Genossen? Ja, das lassen wir offen bis zur nächsten Episode. Und, äh, bis dahin, Genossen, gilt natürlich, äh, dass ich euch jetzt nach einer kleinen Pause die, äh, vorgenommenen Bauarbeiten in, äh, Eisenhüttenstadt drüben zeige. Von daher, wenn ihr da Lust drauf habt, dann freue ich mich darauf. Ich denke, es wird wirklich eine unterhaltsame Episode und, äh, wir sehen uns gleich, wenn ihr dabei bleibt. Bam, 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 ja, hallo und willkommen. Schön, dass ihr da seid, Genossen. Oje, was macht er hier? Um, Wänden mitten auf der Landstraße, ne? Und das mit so einem Mixer. Ja, die Tatra-Fahrer, so sind sie. Also, äh, fahren wir noch rüber über die Brücke, ja, ne? Hier, das mysteriöse Denkmal, Genossen. Das ist wirklich, äh, ne, das ist noch eine Ermittlung wert, würde ich mal sagen. Wir sehen hier links, recht schön hinter dieser Betonbrüstung der Brücke verborgen, die Bauarbeiten am Kohlekraftwerk. Es geht gut vorangen, Genossen. Ihr seht, der Schornstein steht, der Kühlturm steht. Ja, auch hier seht ihr, die alles von eigener Hand errichtet, durch unsere eigenen Bautrupps. Die Fortschritte hier sind wirklich, äh, unübersehbar, ne? Ja, jetzt, äh, betreten wir, sehen wir hier links, wir betreten es nicht, aber wir sehen hier links die Feuerwehr, die wir befahren, äh, wo wir hier auch einfahren, ne? Und, äh, hier schöner Ausblick eigentlich über das zukünftige Eisenhüttenstadt mit den ersten, zugegebenermaßen noch recht primitiven, äh, Arbeiterbehausungen. Hier die Baustelle des, äh, ruhmreichen Denkmals, des Mutterlandes, Motherland, ja, also hier drüben in Eisenhüttenstadt geht's gut voran, Genossen. Wir steigen hier mal aus, würde ich vorschlagen, damit wir uns das mal en detail anschauen können. Von daher, wir beenden die Verfolgungskamera und, äh, gehen das mal durch, Genossen. Und bevor wir das durchgehen, wo ich gerade den Hafen sehe, nämlich, da fällt mir ein, Ah, es wurde im Kommentar angemerkt, Genossen. Ich war ja bislang auch schon unzufrieden über den Fortschritt hier der Bauarbeiten, ne, in unserer Werft, Genossen, ne? Hier hatten wir ja für vier Millionen Rubel, ich denke, es waren vier Millionen ungefähr, den Bauplan für die Lubbenau erworben. Und, äh, ihr seht es, es, äh, sind 150.000 Tage. Erst hatte ich darüber hinweggeschaut, erst aufgrund des Kommentars dachte ich 150.000 Tage. Zu dem Zeitpunkt hatten wir 64 Arbeiter in der Werft, geteilt durch diese Arbeiter. Äh, wären das quasi sechseinhalb Jahre gewesen, sechseinhalb Jahre Bauzeit. Und das ist wirklich inakzeptabel, Genossen. Von daher hatte ich hier die Anzahl der Arbeiter jetzt vorübergehend mal runtergefahren, damit wir das hier zusammen neu einstellen können. Denn, ähm, ja, ich denke, da solltet ihr Zeugen sein hier, dieser historischen Tat auch der Materialverschwendung jetzt. Denn wir haben hier schon eine Menge investiert, natürlich. Aber wir können jetzt nicht noch sechs Jahre warten, bis das, äh, bis hier das Schiff mal fertig ist, ne? Von daher wird jetzt die aktuelle Produktion abgebrochen. Haben wir jetzt gemacht, genau. Und dann müssen wir jetzt einen neuen Bauplan auswählen. Naja. Und den müssen wir natürlich auch wieder kaufen. Ja. Und dann lass uns doch hier, das, äh, ist das hier Besseres, River Hopper. 100, ja, das ist ein bisschen wenig. Das ist, äh, wir brauchen ja auch natürlich für die, äh, für die Schutt, Schuttgüter, also Kohle. Wir brauchen einen, äh, Kohletransporter, ne? Der vielleicht auch Kies transportieren kann. Das wäre gut. Cargo-Chip, äh, 2000... Aha. Hätte ich mir natürlich auch vorher hier mal anschauen können. Haben wir aber nicht gemacht gelassen. Haben wir nicht gemacht. Und, äh, stehen jetzt hier mit dem Ergebnis da. 2500 Tonnen Tanker, nein, River Cargo auch nicht. Cargo und Hopper-Chip, wäre das nicht, äh, das ist es, was wir benötigen, Genossen. Das ist der Kipper, steht auch dran, Frachtart Kipper. Und dieses Schiff kann dann 1000, naja, 1100 Tonnen transportieren. Ja, Genossen, hier wird der Bauplan angekauft für 420.000 Euro, geht knapp. Das heißt, die haben wir jetzt investiert und, äh, jetzt weisen wir auch diesen Typ zu. Wähle Bauplan und nicht die Lorenau, sondern den Hopperer, genau. Und da hoffen wir mal, dass das wesentlich schneller vorangeht, denn hier sind es jetzt nur 16.179 Arbeitstage. Gut, da auf der Zahl wird es auch stehen bleiben, wenn wir hier keine Arbeiter zuweisen. Das machen wir jetzt. Anzahl der Arbeiter erhöhen. Und, ähm, das hatte ich auf Null gesetzt, damit hier nicht weiter unnötige Rohstoffe verschwendet werden. Und, ähm, ja. Die Arbeiterversorgung ist ja derzeit in der Überarbeitung, ne, das, äh, hatte ich schon gesagt, dass zur, äh, ja, zum Zwecke der sicheren Versorgung mit Arbeitskräften hier auf der Werft, ähm, die erste Trollibuslinie der Republik hier angelegt wurde. Und die können wir uns gerne mal anschauen, genossen, denn wir sind ja hier gerade am, ja, am Ende oder am Anfang der Linie, wie man sehen will. Auf jeden Fall ist hier eine Haltestelle, von der aus erst nicht weiter geht. Und, und, also auf jeden Fall nicht für die Trollibusse. Hier seht ihr das, ne, hier ist die Trollibusstraße. Wir zoomen uns mal ein bisschen raus, dann können wir da ein bisschen drüber herfliegen. Und dann wird es ein bisschen übersichtlicher, weil hier seht ihr das, ne, hier geht es lang, hier geht es lang. Dann, äh, hier ist die Straße auch schon geräumt, haben wir hier auch die Kabelverbindungen. Des Weiteren geht es dann hier auf der Hauptstraße weiter. Und die Haltestelle ist gegenüber dem Hochbunker, der ja für seine chronische Verstopfung hier bekannt ist, genossen. Jedenfalls Verstopfung der, äh, dazugehörigen, äh, Busstation, ne. Von daher dachte ich, wäre es eine gute Idee, diese Ecke hier vielleicht zu entlasten. Und, ähm, ja, die Arbeiter hier rüber zu schicken. Wie auch immer, dass wir hier ein bisschen Verkehr rausnehmen können aus der Situation, ja. Die Linie geht dann hier weiter. Ihr seht es hier, ne, dass hier die Bauarbeiten noch am Laufen sind. Denn dieses Stück hatte ich hier später zugewiesen. Auch mit dem Tunnel hier, das wird auch wohl eine kleine Ecke dauern, denke ich. Das geht nicht von heute auf morgen. Der Tunnel wird durchfahren. Dann haben wir hier die Stromversorgung für die Trollibus-Linie. Und, äh, eine weitere Haltestelle, ja. Und, äh, ja, das war es dann auch, ja. Finito, genossen, hier ist Schluss. Ja, das ist der Plan. Das ist der Plan, genossen. Ob das so aufgeht und funktioniert, werden wir sehen, wenn, äh, die Bauarbeiten abgeschlossen sind. Auf jeden Fall habe ich das Stromkabel auch schon in Auftrag gegeben. Und da seht ihr auch die Mittelspannungsleitung hier zu den, äh, zu den Vanillegebäuden, die im Game vorhanden sind. Da funktioniert der Bau einwandfrei. Die Problematik ergibt sich nur beim Bau von den Mod-Gebäuden, ne. Und, äh, gut. Da müssen wir, müssen wir unsere Policy nochmal überdenken, wie das dann langfristig, äh, gehandhabt werden soll. Ja. Ich werde erstmal einen Schluck Trinken, genossen. Genau, was sind die aktuellen Herausforderungen, genossen? Jetzt hier sind wir wieder im Winter gelandet, ne. Ich, äh, setz mal hier die Beschleunigung an, dass wir, äh, dass wir aus dem Winter rauskommen, genossen. Ende November, ja, sind wir natürlich genau mitten drin. Na, aufgrund des längeren Laufens, Laufenlassens des Spieles, äh, wurden auch die, äh, die Autobahnbaustellen hier so gut wie alle abgearbeitet. Ihr seht es. Nur das, äh, allerletzte Stück hier. Dieses Stück hier, das ist noch nicht fertig gebaut. Wieso? Ach, Bau hat aufgehört. Habe ich das irgendwann mal rausgehen? Bau fortsetzen. Ja, dann kann es auch nicht fertig werden, ne. Konstru Universal. Die haben aber alle Gerätschaften, um den Straßenbau hier vorn zu bringen. Ja, na gut, das lassen wir mal laufen jetzt hier, ja. Sonst, äh, werden wir hier im Frühjahr dann, denke ich, auch die Autobahn ausweisen können. Das hat richtig gute Fortschritte hier gemacht, genossen, ne. Problematiken ergaben sich auch nicht sonderlich. Ne, lief alles so durch. Da gibt es nichts Besonderes, äh, zu berichten, genossen, ja. Dennoch, äh, die Veränderungen in Kolditz zeichnen sich auch hier im Nachtlicht ganz gut ab, denke ich, ne. Ein paar dieser, ja, Bürgerhäuser, die sich hier im Wildwuchs angesammelt hatten, die wurden in der Tat geräumt. Die Einwohner wurden hier in diesen Gebäuden mit untergebracht. Und, äh, an deren Stelle ist hier keine Stromversorgung, doch. Kein Licht an, ne. Die haben kein Licht an hier in ihrem Bunker. Aber okay. Naja. Und an deren Stelle soll ein bisschen, ja, ein bisschen was Ansprechenderes treten, genossen, ne. Wir hatten ja hier schon das, äh, Seafront Café, oder besser gesagt, das Geschäft, das ist ein Lebensmittelgeschäft, ne. Also Essen haben sie, Fleisch haben sie nicht, ihr seht es. Aber das ist jetzt auch aufgrund, äh, der Tatsache, weil sie halt von der Versorgung abgeschnitten sind, ne. Der Straßenbau ist unterbrochen dahin. Hier, dieses Stück ist nicht fertig. Von daher haben sie weder Lieferanten noch Kundschaft, ne. Ja, ist ja auch praktisch Licht im Winterschlaf, sozusagen. Und, äh, hier schließen sich jetzt noch weitere, ja, Wassergrundstücke mit an. Wo, äh, auch noch neue Gebäude mit drauf kommen. Das sind alles Wohnhäuser, die hier hinkommen. Hier haben wir ja unsere Kneipe mit dem, mit der schönen Aussichtsterrasse. Hier ist der Parkplatz. Hier sind jetzt noch ein paar Häuser dazugekommen. Und, äh, hier ist auch noch ein Haus mit am Start. Genau, genossen. Was ich ganz interessant finde, das würde ich mal ausprobieren. Hier ist, äh, dieses Gebäude, was, äh, so ein kleiner, ja, kleiner Speicher ist für Kohle, ne. 50 Tonnen Kohle, genossen. Der Plan ist, so ein ganz kleines Schiff hier zu beladen mit der Kohle, um, äh, den Transport über die Brücke einzusparen. Denn wir müssen ja hier drüben die Heizkraftwerke mit Kohle versorgen. Und da würde ich mal ausprobieren, ob wir das hier nicht laden können. Hier dann wiederum entladen und, äh, hier dann, äh, via den Distributionsbüros verteilen, sozusagen, ne. Genau, das ist die Absicht hier. Und, äh, da das hier jetzt der zukünftige zentrale Platz von Kolditz werden soll, ähm, denke ich, dass denn hier noch weitere Bebauung erfolgen wird. Und, die jetzt aber noch nicht angeplant ist, ne. Das machen wir dann, wenn es soweit ist. Und hier die Baustellen auch erstmal erledigt wurden. Ja, weil zu viel zuweisen wollte ich da jetzt auch nicht. Da habe ich ja schlechte Erfahrungen mitgemacht, ne. Da haben wir jahrelang drunter gelitten, genossen. Von daher, das müssen wir nicht wiederholen, ja. Hier seht ihr auch, hier gehen die Bauarbeiten gut voran. Dieses Stück war vorher noch nicht fertig, auch die, die Haltestelle war noch nicht fertig, ja. Ich frage mich nur ab, wie die Busse da hinkommen, genossen. Braucht man auch noch ein Depot für, äh, für die, äh, für die, äh, für die Trolleybusse? Man muss das mal anschauen, ob man da noch was machen kann bei den Trolleybussen. Ja. Weil hier bei den Straßen, da hast du ja nur die Haltestelle. Ja. Trolleybus-Haltestelle. Dann hast du hier das, äh, Trafo. Wo? Ah, Trolleybus-Depot, genossen. Ha, da ist mir doch gedacht. Das heißt, das müssen wir auch noch irgendwo errichten. Und zwar auf der Strecke des, äh, Trolleybusses. Ja. Gut, vielleicht hier, ne. Das, äh, oder? Ja, eigentlich im Industriegebiet, genossen. Da nimmt es am wenigsten Platz weg. Eigentlich nur im Industriegebiet, ja. Hier haben wir die Trolleybus-Linie. Fahren natürlich auch andere Fahrzeuge lang, aber... Das ist unsere Linie. Und dann können wir es vielleicht hier mit dran setzen, genossen. Ja, hier stört's nicht. Hier stört's wirklich nicht. Nee, nee, nee. Ja. Dann setzen wir das hier mit dran. Das ist unser Trafo. Äh, ja. Unser Trafo, sag ich schon. Unser Depot. Unser Depot ist das, genossen. Hier werden die Busse starten. Ja, okay. Ja, gut, gut. Auch hier seht ihr. Auch des Winters wird hier weitergearbeitet. Es geht gut voran, ja. Haben wir jetzt hier wieder ein paar Arbeiter. Das wäre... Ja, seht ihr auch. Okay, ist nicht die angefragte Anzahl. Aber immerhin. Und, äh, naja. Sind wir bei 5, waren wir bei 16.000 irgendwas. Also tausend Arbeitstage haben wir schon erledigt. Ja, das geht wesentlich schneller voran. Das ist schon wahr. Wo ist denn das Schiff hier? Ah, hier. Oh. Okay. Naja. Passt ja auch auf den Fluss, sozusagen, ne? Okay. Ja, da warten wir mit Spannung ab. Auch was, äh, was die Bautfortschritte denn offenbaren. Was unsere Werftkundigen da ausklamüsert haben. Ja, hier geht's weiter, Genossen. Hier geht's weiter. Okay. Ja, würde ich sagen, lassen wir hier die Genossen mal in Ruhe weiterbauen. Na, das läuft ja so. Und, äh, was wollte ich noch erledigen? Bei der Tankstelle hinten, Genossen. Hier, das wollte ich euch nämlich noch zeigen. Bei der Tankstelle. Und da, die haben ja noch keine Beleuchtung, ne? Deswegen, da hatte ich hier noch zwei von den, von den, äh, Laternen mit hingestellt. Die müssen wir aber kaufen, weil sich hier leider, unsere Baubüros, ja, die können den Weg nicht finden hierher. Warum auch immer, wir wissen es nicht. Ja, warum wir wissen es, Genossen, wir wissen es. Weil diese Gebäude nämlich überhaupt gar keinen Straßenzugang haben. Und auch keinen Fußgängerzugang. Und daher können unsere Trupps den auch nicht finden, ne? Ja, und das werden wir hier auch. Ja, nicht mit Dollar finanzieren, mit Rubel. Ja, mit Rubel finanzieren. Das heißt, hier haben wir zwei von diesen Lampen mit stehen. Genau. Ja, Genossen, die Bauarbeiten gehen voran. Dann können wir das ja einfach mal hier auf uns wirken lassen. Und, äh, ich habe noch die Gelegenheit, hier was zu trinken. Ist auch alles gut geräumt, ne? Also, das sieht auch ganz gut aus. Bis hier vorm Betonwerk. Ja. Das kleine Stückchen, das haben sie nicht mitgenommen. Ne? Naja. Gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres, Genossen. Hier, dagegen, die Bauarbeiten in unserem Ölgebiet. Das sind eigentlich nur generell Kiesstraßen, die hier mit ausgeschrieben wurden. Na, die laufen doch sehr zögerlich. Sehr, sehr zögerlich. Aber das ist auch okay so. Das ist nicht vorrangig. Ne? Hier dagegen, schaut euch das an, Genossen. Ist das nicht ein schöner Anblick? Wir haben hier schon quasi unsere... Ja, unsere zweispurige Autobahn will ich nicht sagen, weil sie ja noch nicht eingeweiht oder nicht eingerichtet ist. Aber das kann sie mal werden. Das kann sie mal werden, wenn hier die Bauarbeiten dann komplett abgeschlossen sind. Und das wird sich auch noch ein Weichen hinziehen, denke ich. Von daher, vielleicht wird es der nächste Sommer werden. Wir können es nur hoffen, dass wir das eventuell noch in dieser Folge mitbekommen. Ja, hier liegt es dann nieder im Winter, Genossen. Wie gehabt, ne? Alles beim Alten. Aber die Heizungsversorgung läuft inzwischen. Und das schauen wir uns auch gerne mal an hier. Um sicher zu sein. Wo haben wir das jetzt hier? Building Properties und dann die Heizung. Genau. Naja, hier seht ihr 20 Grad. Da würde noch was gehen. Das aber aus Heizkraftwerk selber. Von daher, hm. Die müssen jetzt so ja wohl nicht von anderen noch beheizt werden. Und der Rest der Wohngebäude hier, die weisen ja eigentlich alle, jedenfalls die hier im Umfeld sind, die 24 Grad auf. Ja, das sind überall die 24 Grad, Genossen, ja. Das ist nice, nice, nice. Ja. Bei der Gelegenheit können wir uns auch gerne hier jetzt mal das Klon-Tool anschauen, Genossen. Weil da kam ja auch eine Anfrage zu. Zeigt das doch mal, ne? Ja, schaut euch das an. Das ist einfach ein Rechteck, was man leider nicht drehen kann. Also was immer irgendwie so liegt, wie man es nicht haben will. Mit anderen Worten. Ich würde jetzt theoretisch mal die Schauerburg hier kopieren wollen. Geht aber nicht, ne? Mein Rechteck ist immer ein bisschen blöde, egal wie ich die Karte drehe. Wir können es jetzt nochmal ausprobieren hier. Wir suchen mal ein bisschen raus, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. Ja, jetzt schauen wir uns das nochmal an. Ja. Seht ihr auch, ne? Ich kriege das nicht so eingerichtet und nicht gedreht. Oder ich wüsste nicht, wie es geht. Na gut, man kann auf jeden Fall ein bisschen mehr kopieren. Das ist möglich. Seht ihr jetzt hier? Wir könnten theoretisch, theoretisch hier ganz Straußberg kopieren. Ne? Das, was wir jetzt gerade machen. Wir kopieren hier gerade komplett Straußberg und Valoka. Und jetzt stürzt uns bestimmt der Rechner ab, oder? Genossen? Also man muss immer zwei, drei Sekunden warten, bevor es hier ein bisschen weiter geht. Aber ich würde euch gerne mal zeigen, was jetzt hier derzeit als Bauauftrag mit dran hängt. Von daher müssen wir mal irgendwie schauen, dass wir da eine geeignete Fläche für finden, Genossen. Und das Ganze in der Geschwindigkeit, die der Rechner uns hier noch gestattet. Ja, hier sieht es doch gut aus, Genossen. Hier sieht es doch gut aus. Nur, hm, da habe ich natürlich schon wieder die Maus bewegt. Ja, ist das so ein Showcase, ist das hilfreich hier, was ich hier mache? Nein, ne? Ich teste hier wieder irgendeine Extremsituation aus, wo man sieht, dass es eben nicht funktioniert. Na, dann machen wir mal, komm, wir machen mal folgendes. Wir gehen mal hier zurück zur Klontaste. Damit lösche ich jetzt den Bauauftrag. Und damit sollte das Spiel auch wieder normal laufen. Ja, thanks God. Okay. Und dann gehen wir hier hin zurück und nehmen uns mal was Kleineres, was Überschaubares, Genossen. Hier, das macht auch Sinn, dass man so eine Ansammlung von Konstruktionsbüros klont. Gerade wenn man eine neue, ja, neue, wie soll man sagen, eine neue Insel errichten möchte, um weiter zu siedeln von dort aus. Dann versuchen wir das mal zu klonen hier. Das müsste ja wohl möglich sein. Jetzt haben wir das alles markiert, seht ihr hier, ne? Ah ja. Und das funktioniert auch. Also, das könnten wir jetzt komplett errichten. Das können wir hier drehen, wie wir wollen. Ganz normal, wie jedes andere Gebäude auch, ne? Und, äh, weil mein Rechteck jetzt hinten im Schnee schon begann, ist halt auch der Mauszeiger so weit weg. Aber, ja, da habt ihr das gesehen, Genossen. Das ist das Clone-Tool. Und ich denke, dass das eine sinnvolle Ergänzung ist, ne? Gerade für, ja, die Anlage von solchen Standardgebieten. Seht ihr, Genossen? Hier könnten wir es theoretisch jetzt hinbauen, komplett. Machen wir nicht, weil wir es also wieder abreißen müssten. Aber, ja, so sieht das aus. Das Clone-Tool. Ja. In der Zeit, Genossen, haben wir den 1. Januar. 68. Ja, willkommen. Happy New Year, ja? Willkommen in 68. Und das sollte vielleicht eine gute Gelegenheit sein, mal hier das letzte Jahr mal so ökonomisch zu betrachten, ne? Was ist gelaufen im letzten Jahr, Genossen? Import, der Import. Das interessiert mich halt. Also, wir haben für, wie viel insgesamt importiert? Da hatte ich nicht hingeguckt. Das ist, äh, insgesamt knapp 2 Millionen. Knapp 2 Millionen. Davon 700.000 Stahl, ja, für den Bau. Treibstoffverbrauch, natürlich. Wir müssen unseren kompletten Treibstoff importieren. Die Verbrauchsgüter für die Bürger, ja, auch in einer schönen Regelmäßigkeit, das ist halt auch wichtig, ne? Und da seht ihr auch, dass der Verbrauch hier, wo hatte ich es gerade gesehen? So, ein ansteigender Trend. Hier wird es ganz deutlich, beim Fleisch, ne? Also, dass wir einen langsam ansteigenden Trend an, äh, am Fleischverbrauch haben. Bretter. Ja, Bretter muss ein Gebäude gewesen sein, Genossen. Hier, Bretter ist allerdings auch 15 Tonnen Bretter für 500, äh, Rubel. Ja, das ist ein überschaubarer, überschaubarer Posten. Genauso hier, elektronische Komponente ist schon deutlich mehr. Ja, da läuft der Import hinten nach, äh, Neuvaloka. Ja, das brauchen wir natürlich für die, äh, für die, ich denke für die Straßenbeleuchtung, also, ne? Alle möglichen, ne? Für die Förderbänder, die Fördertürme, da kommt das auch rein, ja, ja, ja. Dann Pflanzen, Genossen, Pflanzen. Mhm. Vor Beginn der Ernte haben wir Pflanzen importiert gehabt, weil eingestellt ist, dass der Pflanzenspeicher soll nicht unter, unter die Hälfte fallen. Das heißt, wir verbrauchen unsere gesamte Ernte und, äh, im Frühjahr jeweils importieren wir denn die fehlende Menge von unseren Nachbarn, ja. Mechanische Komponenten, auch gut, wird importiert, ja, muss sein, äh, Bitum, ja. Da, da ist halt dieser große, der mit den, ich glaube, 105 Tonnen hat der, ne? 105 Tonnen Bitum, der ist dreimal im Jahr losgefahren, das sehen wir hier, äh, Kies haben wir hier, das muss, hier Kiesgenossen für 35 Tonnen, das ist doch derselbe Ausschlag beim Kies wie bei den Brettern, oder? Ja, ne, das sieht für mich, das muss dasselbe Gebäude gewesen sein. Und auch die Ziegel, ja, Kiesziegel, hm, 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 was war das denn, Genossen, was war das denn, Platten vorgefertigt, 1,7 Tonnen Kunststoffe, hm, gut, Genossen, für 2 Millionen haben wir importiert, ja, und, äh, exportiert haben wir insgesamt für 6, aufgerundet 8 Millionen, und für 6,8 Millionen, das heißt, wir haben einen soliden Überschuss von beinahe 5 Millionen Rubel erwirtschaftet. Hier sagt er zwar 4,3, weil wir haben ja natürlich auch noch die Fahrzeuge eingekauft, für auch 700.000 Rubel, und, äh, ah ja, hier, ein paar Einwohner hatten wir ja auch noch angeworben. Genau, die Einwohner-Challenge, Genossen. Ja, in der nächsten Folge, äh, klären wir das denn, dann, äh, wird das besprochen, genau. Gut, äh, war ein gutes Jahr, das Jahr 67, muss man auch mal sagen, zurückblickend, ne, und, äh, gerade, weil wir auch die große Katastrophe gemeistert hatten. Oh, hier sehe ich aber, dass irgendjemand hier ein Problem hat, Genossen, was ist denn los? Was, wo willst du denn hin, hm, wo willst du denn hin? Snowplow Station. Ah, wie, hm, ja, die ist hier, die ist hier, Genossen, hier ist die Snowplow Station, da willst du hin, da kommst du nicht hin, weil die Straße nicht fertig ist. Das ist klar, ja, was machen wir denn damit, äh, setzen wir die kurz stopp, wa, ja. Kann ja eh nichts gemacht werden jetzt, solange die, äh, da hinführende Straße noch nicht fertig ist. Nehmen wir das außer Betrieb, Genossen. Und hier sehen wir auch eine weitere zukünftige Attraktion von Eisenhüttenstadt, Genossen. Das ist, äh, auch ein, äh, Gebäude aus dem Workshop, was als Kino funktioniert. Das ist ein Planetarium, nennt sich das. Und, äh, ja, die Bauarbeiten hier haben noch nicht wirklich begonnen, auch wenn die ersten Materialien schon angefahren wurden. Den Link zu diesem Gebäude packe ich euch auch mit in die Beschreibung, denn, äh, ja, das ist auch wieder ein außerordentlich schönes Gebäude von, äh, Off-the-Rails Gaming, so hieß er doch, ne, Off-the-Rails Gaming, ja. Der, äh, Modder, der im Steam-Workshop da ja schon einige von den, äh, gerade schönen Freizeitgebäuden erstellt hat, ne. Jeweils mit einer hervorragenden Textur jeweils auch kommen. Also, das ist ein ganz, äh, ja, ganz schönes Gebäude, ganz liebevoll gemacht auch. Genossen, ist es soweit? Können wir die Einweihung hier unseres Kohlekraftwerks feiern? Yes! Hahaha! Ja, Genossen, darauf und auf das neue Jahr stoßen wir aber herzhaft an. Da erhebe ich auch mein Glas mit euch und möchte einen Toast ausbringen, und zwar auf ein, ähm, erfolgreiches und, äh, zukunftsweisendes Jahr 1968, das uns mit vollem Elan an die Eisenvorräte unserer Republik gehen lässt. Und darauf erheben wir unser Glas jetzt. Prost, Genossen! So, und nachdem das Gläser-Clirren verstummt ist, ja, da müssten wir uns eigentlich drum kümmern, dass das hier auch in Betrieb gehen kann, ne. Hier haben wir ein weiteres Problem, Genossen, denn diese Gebäude sind Mod-Gebäude. Ihr seht es hier, die haben nur den, äh, den Fußweg als Zuleitung. Ähm, diese, dieses Stück Förderband haben wir selbst gebaut, weil das abgeht von einem Wandler-Gebäude. Das bekommen wir hin. Aber zwischen den beiden Mod-Gebäuden ist es genauso wie zwischen den Umspannwerken. Da bekommen wir es nicht hin, die Förderleitung zu bauen. Und deswegen müssen wir hier auch einen Ankauf durchführen für 30.000 Obelgenossen. Und, äh, ja, das so finanzieren. Ihr seht es, hier ist dasselbe Thema, wegen dem Verteiler hier. Das müssen wir auch kaufen. Da kommen wir nicht drum rum, es gibt keine Alternative dazu. Und, äh, ja, das war es eigentlich hier, ne. Genossen, war es das hier. Hier die Feuerwehr, alles gut. Das Lager hier, das kann gebaut werden. Also das Lager, der, der Speicher sozusagen. Der ist ja auch im Bau, das ist gut so. Und hier haben wir auch alles errichtet, Genossen. Sehr gut. Ja, haha, das ist richtig gut. Nice, nice, nice. Was ist mit dem Stromkabel hier? Ist das denn schon fertig? Ja, 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 ja. Das hängt hier ja auch schon komplett dran. Ja, gut, Genossen. Das ist richtig gut. Das heißt, dass wir jetzt hier auch schon mal ein bisschen Kohle hinschaffen können. Denn um das Ganze in Betrieb zu nehmen, brauchen wir Kohle und Arbeiter. Ja, Kohle und Arbeiter brauchen wir. Und die Kohle können wir nicht durch eine Schiffslieferung erhalten. Die müssen wir per Lkw anfahren. Ähm, das heißt, wir werden jetzt hier einen Kohlependelverkehr einrichten. Zum, äh, Kohlekraftwerk, ja. Darum kümmern wir uns jetzt, Genossen, ne. Das hat Priorität, denn schnappen wir uns nämlich hier im, äh, Fahrzeugdepot. Ja, wir schnappen uns niemanden. Wir müssen einen neuen Lkw ankaufen. Und, äh, das machen wir auch. Und zwar ein Kipper. Ja, ein Kipper. Ich will hier jetzt keinen, äh, Distributions-Office damit betrauen, oder? Wollen wir das, Genossen? Wollen wir das? Wollen wir, wir könnten natürlich auch, hm. Wir könnten ja auch sagen, hier, unsere Kipper-Genossen, seid ihr ausgelastet? Nein, ihr seid nicht ausgelastet, ne. Hier stehen eine ganze Menge Kipper auf dem Hof rum. Hm. Ah, davon schnappen wir uns mal. Ich schnapp mir mal einen davon, oder? Ja. Den schicken wir zum Depot, weil die können wir ja nicht mehr kaufen, Genossen, ne. Das sind die 40-Tonner. Die, ja, wahrscheinlich werden die aus Umweltgründen nicht mehr zugelassen. Aber das hat ja eigentlich unsere VEB-TÜV hier auch noch nie interessiert. Von daher schicken wir den mal hier hin, damit wir den dann auch zuweisen können. Und dasselbe Spiel, ja, spielen wir das zweimal, Genossen, recht. Oder reicht ein Kipper, ja, ne. Wenn der 40 Tonnen laden kann, und den lassen wir vollladen, wenn der zweimal gefahren ist, dann hat der das Kohlekraftwerk ja schon gefüllt, in Kurve. Ja, da reicht einer aus. Da reicht einer aus, Genossen? Okay. Gut, sind wir um den Ankauf herumgekommen. Und können uns eigentlich Gedanken machen, wie wir das jetzt hier mit Arbeitern versorgen, ne. Ja. Da, ja, müssen wir vorerst halt auch einen Bus fahren lassen. Das ist nicht anders. Ich meine, die Feuerwehr wird hier auch per Bus versorgt. Ihr seht es ja, drei Leute, gerade jetzt auch, weil die Temperatur so runter ist, ne. Temperature in building is too low, too low, way too low. Ende Januar, ja. Hier ist das Heizkraftwerk, Genossen. Hier ist das Heizkraftwerk und haben die Arbeiten, oder habe ich hier vergessene Straßenanbindung herzustellen? Das kann natürlich auch gut sein, das Tal, ne. Hast du das vergessen? Ja, das hast du vergessen. Deswegen geht es hier nicht voran, Genossen. Das ist wieder eine gute Erklärung dafür. Also legen wir die hier. Ja, ja, ja. Das machen wir mal. Aber dann, komm, egal. In diesem Winter wird es eh nichts hier mit heizen. Dann können wir auch eine Kiesstraße legen. Dann haben wir es gleich ordentlich verbunden. Ja, gut. Und hier können sie das hier fertig bauen. Okay. Gut, Genossen. Dann schaue ich mal, ob unser Kipper inzwischen das Depot erreicht hat. Könnte ja gut möglich sein, ne. Ich meine, so auf schneller Geschwindigkeit, da ist er auch. Sehr gut. Gut, das heißt, dann werden wir ihm jetzt sagen, hier bei der Kohleausgabestelle, hier bitte laden und im Kohlekraftwerk entladen. Genau. Und warten bis entladen. Das ist dein Job jetzt hier. Entladen, warten bis entladen. Genau. Gut, die Kohleversorgung ist angeregt. Sehr schön. Und dann, ja. Dann brauchen wir jetzt die Arbeiter. Wir hatten ja hier auch noch einen Bus, ne. Ist nur die Frage, wo holen wir die ab hier, weil, das sollten wir mal zuerst klären müssen. Das sollten wir zuerst klären müssen, weil hier noch weitere Busse mit draufhängen, das kann es ja nun wirklich nicht sein, ne. Das bringt ja nichts, sind wir doch mal ehrlich. Ne, die stehen ja so hier schon rum. Das wird so schon Probleme geben, denke ich. Mit der Trollybus-Linie, ne. Wir müssen halt dafür sorgen, dass sobald der Trollybus in Betrieb ist. Aber seht ihr, hier habe ich auch ein bisschen Mist gemacht mit der Straße, ne. Die fahren so, zack, zack, zack. Das ist nicht auf einer Höhe hier so wirklich. Ja, sieht auch nicht aus. Sieht auch nicht aus. Aber gut, funktioniert irgendwie. Lassen wir jetzt mal bestehen hier, bevor wir unnötig irgendwas einreißen. Hier gehen die Bauarbeiten voran, seht ihr, ne. Hier wird die Walze geliefert. Sehr gut. Ja. Dann fehlt nur noch das Trollybus-Depot eigentlich. Das hatten wir ja hier hinten in Auftrag gegeben. Und das ist auch, ja gut, das ist fertig. Da fehlt nur noch hier die, ne, da fehlt gar nichts, Genossen. Das ist das Symbol, dass keine Stromversorgung da ist, ne. Ja, und die Stromversorgung ist natürlich nicht da, weil, warum eigentlich nicht, Astral? Weil der Trafo noch nicht fertig ist? Der Trafo ist fertig, der steht doch hier. Siehst du auch, hier ist auch kein Symbol wegen der Stromversorgung. Das geht erst hier los, Genossen. Hm. Oh, habe ich den bösen Verdacht, dass Tunnel zählt nicht? Um es mal so zu sagen. Kann das sein, Genossen? Dass Tunnel nicht, äh, nicht Trolly geeignet ist? Ja, ne. Heißt das auch, dass hier keine Trollybusse durchfahren können? Oh, das wäre natürlich richtig schade. Das wäre richtig schade. Hm. Ja, das lassen wir im Experiment dann klären, würde ich vorschlagen. Das wäre richtig mies. Oder hier stand doch was bei den, äh, bei den Straßen. Was ist denn hier Trollybus? Hätte ich darauf achten müssen, Genossen. Ein Tunnel ist nämlich nicht dieses, der Blitz dabei. Ja, ich hätte darauf achten müssen. Sorry, aber das ist schade, ne? Tunnel zählt nicht. Ne, Tunnel zählt nicht als Tal. Ah. Gut. Äh, was lernen wir daraus? Daraus lernen wir, besser mal vorher gucken, was man macht. Besser mal vorher gucken. Also, das Ganze hier wieder abreißen. Ich gucke jetzt nicht nach dem Feuer. Ich verlasse mich drauf, dass wir das hier so hinbekommen. Das hier abreißen, Genossen. Das auch. Äh, das... Ja, wahrscheinlich muss die ganze Straße hier weg. Und... Ja, schön wird das jetzt nicht, was hier kommt, Genossen. Schön wird das nicht, denke ich. Aber Augen zu und durch. Wir müssen ja hier weiterkommen. Das muss ja hergestellt werden, irgendwie. Aber im Guten kommen wir hier nicht hoch, ne? Ne? Und selbst wenn wir noch ein Stück wegnehmen... Ja, Schneeflug, komm und geh weg. Die unnützte Ecke, wo er hier unterwegs ist, Ja, das zählt als eine Straße hier, ne? Ah, okay. Ja, ja, komm. Denn, äh... Sollen wir das mal ausprobieren, ob das hier irgendwie mit Gewalt... Mit Gewalt durchgeht? Ähm... Ja, das sieht ja ganz gut aus hier. Also, hier könnten wir diese Straße überqueren. Ja. Und hier kommen wir weiter. Ja. Ja, ne? Die Kosten der Planungsversäumnisse der Vergangenheit. Und ja, hier machen wir ein bisschen Terraforming. Hätte man sich auch clevererweise jetzt hier mal das Netz aufrufen können. Die Höhenlinien sozusagen, den Bioframe, so heißt das Bioframe, ne? Aber das sieht ganz gut aus, Genossen, oder? Ich denke, da können wir hier was hinzaubern. Komm mal her. Dann nehmen wir den hier und... Ja... Okay. Ja, beinahe schön, oder? Beinahe schön. Geht halt ein bisschen, ein bisschen eckig hier los, aber... Ja, das ist jetzt nicht anders. Das, komm, den bauen wir hier so hin. Mhm. Damit haben wir das Tunnelproblem umgegangen, Genossen. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Und sobald das Stück hier fertig ist, sehen wir auch, ja, ob wir hier noch weitere Probleme mit der Übertragung haben. Weil wir überqueren ja hier auch, schaut euch das mal an, wo machen wir das denn? Hier bei der Werft auf jeden Fall, ne? Hier zum Beispiel, hier überqueren wir ja auch diese, naja, die Gabelstapler-Straßenüberquerung. Hm. Da bin ich auch mal gespannt. Ob sich das denn als nächstes Problem herausstellt. Ja. Hey, unser kleines Schiff hier macht Fortschritte, Genossen. Schaut euch das an. Ne? Das sieht doch schon mal gut aus. Ist schon mehr, als die Lubbenau jemals hatte. Unser kleiner Hopper. Der Hopper. 14.000 Arbeitstage. Sehr gut. Also wir sind schon wieder über 1.000 Arbeitstage runtergekommen. Und wenn wir hier ein bisschen mehr Personal hätten, was wir ja nach Fertigstellung der... äh, der Trollibus-Linie hoffentlich auch haben, dann, äh, kann das richtig abgehen hier in unserer Werft. Und Vorzeigewerft noch hier für unsere Republik, ja. Das nehmen wir mal raus hier. Und, äh, ja, ich bin sehr gespannt jetzt drauf, hier auf die Fertigstellung, damit wir sehen können, äh, ja, ob der Traum der eigenen Trollibus-Linie hier in Erfüllung gehen kann, im kleinen Astralland, ja. Gut, äh, das können wir laufen lassen. Das werden wir gleich sehen. Und, äh, wir hatten ja hier gesehen, Genossen, dass die Autobahn eigentlich so gut wie fertig... Na, das letzte Stück fehlt immer noch. Hier fehlt es immer noch. Oh, geht es denn voran, bitteschön? Ja. Universal ist da, okay. Ja, Asphalt, gut. Ist halt ein weiter Weg bis zum Asphaltwerk. Das ist ein weiter Weg und, äh, da müssen wir wohl noch ein bisschen Geduld haben, ne? Ja. Da müssen wir noch ein bisschen Geduld beweisen, Genossen. Ich überlege gerade, was auch ein guter Grund ist für das Klontool eigentlich, ne? Wäre doch hier, wenn man die, äh, wenn man die Felder klonen würde. Gerade wenn du so ein schöner, ja, so ein Arrangement von kleinen und großen Feldern hast, ne? Felder machen Sinn, Genossen. Ja, zusammen mit der Straße, die dazu gehört, wenn du denn ein schönes Eckchen Land hast, ne? Ja. Okay, also Klontool wollen wir auch mal zur Anwendung bringen dann, damit man das mal hier ausprobieren kann, ob das alles so läuft, wie, äh, besprochen. Ja, hier hat es Fortschritte gemacht, Genossen. Die Kiesstraßen, das geht ja doch voran. Entgegen den Erwartungen, ihr seht es hier, ne? Ja, der Bagger ist hier dabei, direkt neben der Pumpe, sehr gut. Soll sich bloß jetzt mit Feuern zurückhalten, das können wir jetzt nicht gebrauchen, Genossen. Ist die Feuerwehr eigentlich hier, uh, einer. Genosse, einer hält hier die Stellung. Ja, ja, ja. Ja, den ist auch zu kalt wieder. Ja, Temperature is too low, way too low. Äh, dennoch, wir haben jetzt den 1. März, 68, Genossen. Äh, die Temperaturen werden nach oben gehen. Der März ist dafür bekannt, dass er, dass er den Frühling eigentlich einleitet. Und, äh, da wir hier im Schnelldurchlauf sind, da kann das nicht mehr lange dauern, Genossen. Ihr seht es hier, 14 Grad, 15, 16. Und ab 25 oder 24, dann hören ja auch irgendwann die, äh, ja, die Heizkraftwerke auf zu heizen. Ja, oder sind nicht mehr notwendig. Ob die wirklich aufhören, weiß man ja auch nicht, ne. Aber dann ist es wirklich so warm, dass auch, ähm, naja, keine, äh, keine Heizung mehr angeschaltet wird im Gebäude gelassen. Denn bei uns im Sozialismus, wir müssen es ja ehrlich sagen, also, dass die Regulierung der Heizung erfolgt ja durch das Öffnen des Fensters, ne. Da kennen wir ja nichts, was hier die Energieverschwendung angeht. Gerade in den 60er Jahren, ja. Ja, Genossen, vorwärts, vorwärts hier, damit wir uns, äh, die Überraschung stellen können. Ihr seht es, ein Kipper nach dem anderen wartet, aber das ist gut, ne. Jeder kommt an mit Asphalt, schnappt sich den Deckenfertiger, rollt ein Stück vorwärts und dann sind sie ein Stück weiter. Danach muss natürlich noch die Walze kommen und wahrscheinlich, ja, also schön ist die Ecke hier nun wirklich nicht, ne. Das gebe ich ehrlich zu, Genossen, ja. Aber gut, so ist es halt. Man muss auch mal Kompromisse eingehen hier im Sinne des Fortschritts. Und, äh, wenn das dafür sorgt, dass diese Linie funktioniert, dann ist das auch ein Preis, den es wert ist, zu zahlen. Die Genossen brauchen aber noch ein bisschen, danach müssen sie ja auch die, äh, Kabel errichten und alles. Das braucht den auch nochmal, ja. Ja, schauen wir mal hier drüben. Eisenhüttenstadt hat mir gesagt, Genossen, die Kohleversorgung. Wie läuft denn das? Ist die erste Kohle schon da? Nein, ist noch nicht da. Fehlt Kohle. Ja, fehlt Kohle halt, ne. Uh, warte mal. Fehlt Kohle. Ja, ich habe ihm ja gesagt, warte bis sie entladen ist. Ja, Genossen, laufen wie... Astral hat wieder nicht zu Ende gedacht. Kann das wahr sein? Wir können natürlich die Kohle nicht entladen, Genossen. Darf das wahr sein, weil wir hier keinen Strom haben? Really? Ja? Ja? Oh, Mann. Oh, Mann. Weil wir hier keinen Strom haben, können wir die Kohle nicht entladen. Weil wir die Kohle nicht entladen können, können wir das Kohlekraftwerk nicht in Betrieb nehmen, um die ganze Ecke hier mit Strom zu versorgen. Ja. Es ist, äh, ist eine Zwickmühle, ne? Das ist, äh, das ist wirklich eine Zwickmühle, Genossen. Was machen wir denn da? Die einfachste Option wäre natürlich, hier Kohle einzukaufen. In das Gebäude direkt. Und ich bin beinahe versucht, das zu machen, Genossen. Weil ich sehe es nicht ein. Wo ist die Begründung dafür, dass der Kipper, bitteschönlich einfach seine, seine Mulde anheben kann und die Kohle hier abkippt. Dafür brauche ich keine Elektrizität in dem Gebäude, wo ich meine Kohle abkippe. Ja? Das liegt bei mir als Kipperfahrer, wo ich das hinkippe. Da kannst du auch zur Not auf die Autobahn kippen. Oder sonst wohin. Kannst ja überall hinkippen. Von daher denke ich, dass wir hier eventuell, auch von der Ausnahmeregelung Gebrauch machen. Dass wir hier eine Handvoll Kohle einkaufen für das Kohlekraftwerk. Wenn die Arbeiter da sind, können die sofort ein bisschen Strom erzeugen. Auf jeden Fall für sich selber genug, damit dieser Kipper hier entladen kann. Oh, das ist aber ein, ja, ist ein gewagter Plan sozusagen, Genossen. Gerade wo ich das Stichwort Arbeiter hier verwende, haben wir hier denn noch zum Beispiel in unserer Kleingartenkolonie überschüssige Arbeiter, die wir hier abholen können. Sieht nicht so aus. Einer. Sieht nicht gut aus, Genossen. Ne. Also hier lohnt es sich nicht, einen weiteren Bus hinzuschicken. Ja, zum Hochbunker noch weniger. Da stört er ja nur. Ja, wo holen wir denn die Arbeiter ab, Genossen? Wo holen wir denn die Arbeiter ab? Bevor ich die Frage jetzt noch dreimal wiederhole. Ich sehe keine Option, Genossen. Am Stern. Am Stern ist die einzige vernünftige Alternative. Das heißt, die nächste überlastete Busstation ist am Stern dann. Aber ihr seht es hier, es ist immer ein bisschen, ein paar Arbeiter sind immer da, um abgeholt zu werden. Das ist ja auch nochmal wichtig. Das heißt, wir werden jetzt hier eine neue Linie kreieren, und zwar eine neue Linie, Astral Silber, eine neue Linie, ja, sehr gut, von Strausberg. Und das spielen, ja, diesmal Strausberg am Stern. Da spielt die Tastatur auch mal mit, ne? Ja, Strausberg am Stern, sehr gut. Und das geht nach Eisenhüttenstadt, zum Kohlekraftwerk, ne? Ja. Das ist natürlich ein superlanger Name hier. Kohlekraftwerk. Okay, das ist die Linie, ja. Das speichern wir mal und weisen die Station hier zu. Ja, ihr seht es, hier warten jetzt auch zwei, drei Busse, aber mir fällt keine bessere, keine bessere Option ein. Eventuell in der Schauerburg. Da hätten wir auch mal nachgucken können, ne? Ja. Gut, erstmal speichern wir die Linie hier, seht ihr auch. Könnt ihr auch noch anzeigen, wie lang das ist eigentlich? Ne, macht er nicht, ne? Naja, es ist wenigstens ein halber Wege direkt, von daher, ja, weisen wir da jetzt mal ein paar Fahrzeuge zu und hoffen, dass er ein paar Arbeit darüber bekommt hier. Dann nehmen wir uns von den, ja, von unserem B1000 Genossen. Die sind schön schnell, das ist eine weite Strecke, da macht die Geschwindigkeit ja richtig was aus. Also, dann schnappen wir uns die hier und sagen gleich mal, hm, vier Stück? Ja, ne? Vier Stück, das ist so eine lange Strecke da. Okay, und die weisen wir auch zu hier. Ich klicke mal die Route über alle da hin. So. Und, äh, dann können wir schon den Ersten sagen, hier los starten. Naja. Jep, geht los. Sehr gut, Genossen. Sehr gut. Hier haben wir jetzt alle, die ausgewählt sind, sind hier unten zu sehen. Und dann lassen wir den Nächsten auch gehen. Okay. Gut, dann müssen wir das jetzt mal im Auge behalten, sehen, ob wir denn, äh, hier ein paar Arbeiter hinbekommen. Ja, der kann auch los. Und schön grün eingezeichnet sind sie jetzt, ne? Man sieht denn, okay, die gehören alle zu dieser Route, wenn man denn die Route ausgewählt hat. Ja. Und die Letzten lassen wir jetzt auch los. Von der Kette. Wuff, wuff. Also, ab dafür. Okay. Und macht er los? Ja. Sehr gut. Sehr gut, Genossen. Schön, schön. Das heißt, werden wir es schaffen, werden wir es schaffen, in dieser Folge hier eigenen Strom zu produzieren. Das wäre ja richtig gut, oder? Der Kipper ist hoffentlich aber voll. Hat der 0,32 Tonnen Asphalt. Ah, Genossen. Hm. Ein weiteres Problem. Der hat noch einen Rest Asphalt drauf gehabt. Das heißt, der konnte keine Kohle laden. Ja. Und wie kriegen wir den leer? Hier, na? Können wir das hier? Nee, können wir nicht. Wie können wir das Fahrzeug leer bekommen, Genossen? Halt löschen? Gar nicht, oder? Zeitplan, Z-Line. Hm. Fahrzeug verkaufen? Das wollen wir nicht. Wir können es nicht wieder kaufen, Genossen. Hm. Hm, 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 hm. Straußberg, der kann ja keine Kohle laden, wenn er hier schon Asphalt mit drauf hat. Ja. Sehr, sehr schade eigentlich. Aber wir können den auch nicht leer machen, ne? Ja, das geht nicht. Bei einigen Fahrzeugen geht das ja, bei diesem hier allerdings nicht. Okay. Okay, also was machen wir, Genossen? Wir schicken ihn, wir schicken ihn zum Kipper-Depot. Ja, ja, das machen wir, Genossen. Ja, das machen wir, Genossen. Wir schicken ihn zum Kipper-Depot und, ähm, greifen uns einen leeren Kipper jetzt, aber diesmal wirklich, der hier nichts geladen hat. Das kontrollieren wir vorher. Das kontrollieren wir vorher, sehr gut. Sehr gut. Der ist leer und den schicken wir jetzt hier zum Fahrzeug-Depot und der kriegt dann gleich die Route von ihm rauf kopiert. So. Okay, das können wir nämlich jetzt schon machen, Genossen. Ja, Genossen. Fahrplan auf anderes Fahrzeug kopieren. Das andere Fahrzeug ist hier unterwegs. Hier? Ja, hier. Hinter den, äh, hinter den Fenster, Genossen. Genau. Und, äh, dann sagen wir das hier rüber kopieren. So. Hat er jetzt rauf kopiert, ne? Das heißt, er wird jetzt hier Kohle laden. Da soll er jetzt hingehen. Okay. Macht er das? Nein, er fährt erst zum Depot. Er muss wohl einmal im Depot angekommen sein. Ja, der ist auch noch unterwegs hier, ne? Ja. Mit Höchstgeschwindigkeit. 43 ist hier auch die Höchstgeschwindigkeit, Genossen. Ja, das müssen wir auch im Auge behalten. Das sind halt auch sehr langsame Fahrzeuge. Naja, dafür aber 40 Tonnen, äh, Transportvolumen. So, jetzt ist er angekommen, Genossen. Jetzt ist er im Depot angekommen. Das heißt, jetzt können wir ihn starten hier auf die Route. Sehr gut. Ja, nice. Das heißt, der ist unterwegs. Und, äh, den können wir klicken. Und er ist ja hier, müsste eigentlich auch der Router automatisch enthoben werden, wenn er hier im neuen Depot ankommt, ne? Können wir uns ja mal anschauen. Er hat seinen kleinen Schluck Asphalt hinten drin. Und, äh, oha. Jetzt, äh, geht der Alarm hier schon an. Ist schon eine Stunde vorbei, Genossen. Die Zeit ging heute aber auch super schnell vorbei. Ja. Aber das wollen wir uns jetzt hier noch anschauen, ob das klappt. Genau, weil er müsste automatisch jetzt seine Route verlieren. Hat er gemacht. Sehr gut, Genossen. Das heißt, er arbeitet jetzt wieder hier für, für das Konstruktionsbüro. Ne? Ist auch direkt unterwegs. Naja, gut. Zum Tanken. Das kann man jetzt nicht als, äh, als Teil der Arbeit ansehen. Ja. Wollen wir mal schauen, Genossen? Wollen wir mal schauen, ob schon ein Arbeiter hier angekommen ist? Ja, hier sind vier Arbeiter da. Das ist richtig gut. Okay, Genossen. Also, ich würde sagen, das gönnen wir uns noch. Dass wir jetzt abwarten auf den Kipper, der ja Kohle geladen hat. Um, äh, noch die erste selbst erzeugte Kilowattstunde hier in Augenschein nehmen zu können. Und, ähm, ob wir den Strom brauchen für das Entladen des LKWs? Ja? Das ist ja die Theorie, die ich da vorne aufgestellt hatte. Das werden wir ja gleich sehen. Also, gleich in dem Sinne, als wenn, äh, wenn er da mal endlich ankommt. Mit seinen 43 kmh Höchstgeschwindigkeit. Wo ist der Genosse hier dann? Müssen wir den Einzelnen jagen? Ja, ne? Hier. Hat sich hier einer versteckt und sagt, weiß nicht, wo es hingeht. Wo wollen wir denn hin, hier, Genosse? Wo müssen wir hin? Zum Betonwerk kommst du nicht hin? Was ist? Ach, zu dem neuen Betonwerk. Das ist unser neues Betonwerk, Genossen. Wieso kommst du hier nicht hin? Weil das Stück hier noch nicht fertig ist. Okay. Okay. Ja, egal. Dann soll er da mal in der Tankstelle warten, bis die Straße fertig ist und dann wird er automatisch freigelassen, ne? Ja. Und wir schauen jetzt nochmal, Genossen, rüber nach dem, äh, Kohlekraftwerk. Ob der Kipper jetzt hier angekommen ist. Steht hier was? Ne. Ah, da ist er. Ne, das ist der Bus. Oh, das ist der Bus, Genossen. Nichts Falsches hier erzählen. Ja, seht ihr mal, wie schnell die Busse sind, ne? Die ersten Arbeiter sind schon lange, lange da. Und, äh, unser Kohletransporter, der lässt noch auf sie warten. So langsam bin ich beinahe in Sorge um ihn. Aber hier ist er ja, Genossen. Hier ist er doch. Da kommt er an. 40 Tonnen Kohle geladen. Ja, da bin ich mal gespannt, ob er die jetzt abladen kann. Auch, äh, ja, auch ohne Strom. Und doppelten Boden, Genossen. Und zu diesem spannenden Moment, dem Höhepunkt dieser Folge, ja, da freue ich mich, dass wir da alle zusammen hier das mit Spannung erwarten. Also, denke ich mal, oder? Ich tue es auf jeden Fall, gerade. Und, kannst du entladen? Ja, Genossen. Sehr gut. Sehr gut. Der konnte entladen. Das heißt, die Kohle ist im Kraftwerk. Und wir erzeugen unseren ersten eigenen Strom, Genossen. Ja, was ein Fest, oder? Was ein Fest, Genossen. Das ist richtig gut. In Eisenhüttenstadt haben wir unseren ersten Strom erzeugt. Ja. Nice, nice, nice. Das heißt, dass jetzt auch, äh, ja, über diesen Sommer hinweg hier diese Infrastruktur ausgebaut werden kann. Und, äh, wenn in Valoka, in der Werft, dann der Hopper fertig ist. Wollen wir mal schauen, wie es dem Hopper geht. Ja, wie weit sind sie hier beim Hopperle? Na, komm. Ja, mhm, mhm. Ja, man sieht jetzt nicht viel, ne? Nicht mehr so eine Art Geheimprojekt. Aber, ja, okay. Okay, okay. 30 Arbeiter nur, Genossen. 30 Arbeiter, 20 Ingenieure knapp. Ja, wir müssten sehen. Hey, Genossen. Seht ihr was? Seht ihr, dass die gelben Symbole alle weg sind? Ja. Astral Silber, das sehen wir. Du brauchst uns hier nicht anschauen. Okay. Ne, das ist herrlich, oder? Das bedeutet nämlich, dass, äh, diese Übergänge hier auf jeden Fall Trollibus geeignet sind. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier eine theoretische Trollibus-Verbindung. Oje, was ist denn hier los? Und jetzt fahren sie alle hier lang, oder was? Und hier geht gar nichts mehr voran. Wo wollt ihr denn alle hin, hier? Selkopf Betonwerk. Ja, das Betonwerk müssen wir mal stopp setzen, Genossen. Sonst, äh, das sind die Busse, die von den Baubüros kommen, die zum Betonwerk wollen. Und da nicht hinkommen. So, die lassen wir alle gehen. Also, wir haben einfach den Bau hier mal stopp gesetzt. Die müssen erst die Straße dahin fertig stellen. Und dann wird sich hoffentlich auch dieses Chaos hier auflösen, Genossen. Ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass das hier die Abkürzung für alle werden soll, ja? Das ist auch nicht die Absicht eigentlich. Uff, weiß ich nicht. Könnte man hier vielleicht schon sagen, ja, könnte man. Dann machen wir das mal. Da bauen wir hier noch ein Stückchen ran. Alle, die hier durchfahren wollen, die können dann nämlich hier vorne schon abbiegen, Genossen. Und, äh, und blockieren hier nicht den Durchgang, ne? Ja, Genossen, es war super heute. Es war richtig erfolgreich, also muss ich mal sagen, ne? Und, äh, ja, eure Meinung dazu, die interessiert mich natürlich. Schreibt's in die Kommentare. Und, äh, wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Oder auch nicht. Aber ich freue mich mehr über einen Daumen hoch als über keinen. Und, äh, wenn ihr sagt, hey, Astral, ich will wissen, wie es hier weitergeht. Und ich war heute hier zum ersten Mal und ich habe ja noch gar kein Abo, dann macht euch selber ein Abo. Und, äh, dann, äh, kriegt ihr die nächste Folge auch in eure Timeline gespült, ne? Von daher, ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Und, äh, wie immer bis dahin. Alles Gute für euch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.